willkommen heute fahren wir auf dem kürzer bergland v3 wir fahren heute den triebwagen 6 12er mit den repaint mit der kürzer bergland repaint hier da steht es auch express natürlich 6 12 der gar nicht hier drin führt aber ich habe mir gedacht diesen zug wollte ich mal mit euch in video fahren ich starte in hoher dieses wort kann ich auch nicht hören so aber sieht ganz schön aus in hornheim so aber ich will jetzt hier zu reingehen so wir machen erst mal diese starten ist das an das heißt wir machen jetzt diese schnüssel rein und jetzt war das schon mal die tür freigeben mal tür aufmachen dass die tür offen ist so jetzt muss ich schauen ziel habe ich nichts gefunden ich mache jetzt einfach mal ja so nachfahrt pzp mache ich an die sie ver kann ich bloß weglassen weil die sie falls wissen hier in diesem spiel empfindlich dazu habe ich auch kein bock mehr auf so war ich jetzt die gang rein so in richtungswender so licht habe ich aktiviert natürlich habe ich mein licht sieht ganz anders aus aber egal bis mit leben so natürlich sagt grafik mod dabei also bitte die wohnung das alles so mega geil aussieht wir machen ach scheiße vergessen mutter schalten das ist auch sehr wichtig ohne motor geht gar nicht mein motor besitzt motor jetzt läuft das da jetzt von fahrwärts los das heißt jetzt geht's ab das heißt geht los prima ja hier ist eigentlich danach jetzt eingleise ich hier wir wissen natürlich ob das vorsichtiger fahren weil ich ja festgestellt aber um die kurven geht und so zwar muss man aus weg so unterschalten warte mal warte mal warte mal das sieht schön aus das gefällt mir die strecke finde ich auch ganz schön ich finde die strecke schön mit brücken so was stehe ich drauf klack können wir kurz mal gucken guck mal hier an schön hier guck mal die strecke an ist der schön aus hier ich habe jetzt natürlich vor richtung will wiederholz zu fahren so mal gucken ob ich video primär machen würde ich mal schauen ich muss natürlich um ja da halten wir auch an danach da halten wir auch an auch wenn die lautstärke passt schon ich das weiß so schnell fahren war hier ab 60 km also langsam fahren wir natürlich ist es auch nicht so gut dass man natürlich hier vollgas gibt schon ganz in ordnung ja man kann man auch die sitze dieses text ton packt da installiert aber das habe ich jetzt nicht dazu nicht installiert auch die licht update nicht installiert ich habe nur den nur nur das repaid nur installiert allgemein mehr auch nicht pfeifen paar signale rüberfahren so mal rüberfahren das heißt wir gas geben wir sind auf dem kürze bergland v3 von steben wir fahren natürlich nach wildau rolle runter ein bisschen rolle runter moment war ohne runter ist schön wie schön so tür freigeben ist das so habe ich gemacht oh oh sanftes ist das gibt plus punkte natürlich habe ich noch schnell spiel ausgewählt weil hier keine direkt aufgabe gefunden hat keine aufgabe gefunden allgemein bin nicht zu faul nachzuschauen ist auch egal motor stehe dem motor ist das geil ist es einfach geil die können wir hier abfahren lassen mit zehn über die freigabe weg warte soll jetzt aber jetzt abfahren so ist es der schein mischer an da hat er gefahren so warte mal muss man die scheibenwischer ausmachen es riecht doch gar nicht sound reinpacken fahren auch noch nächste brücke rüber warum Es ist 500er. aktiv also leute deshalb 500 aktiv das ist natürlich 500 aktiv ich habe keine ahnung nicht so schnell fahren daraus befreit dann ist zwangsgebremst das habe ich auch schon problem gehabt dazu bleibt sofort stehen und dann hast du vergisst bestätigung kalter da kommt die brücke schon jetzt geht es aber jetzt gibt es wieder als kann wieder los weiter geht es jetzt auf die brücke rüber jetzt kommen auf diesen sie rüber was das schöne da ist das schön schon mal hier an wie schön so gebaut wurde aber hier ist das schön aus muss man sagen es sind schön aus ey cool jetzt könnt ihr das ganze komplett mal sehen ihr könnt mal angucken den see schaue fahren auf den see schaut mal hier hin das ist der zug hier er natürlich dazu hat warten gelernt erst mal aber sieht schon aus ich muss sagen wie das schön aussieht auch flüssig heute natürlich war mit linux sound mod der auch verlinkt irgendwo ist es viel besser als der rott nicht so schnell ich hab mal wieder ab 10 km aus sein daten sehen kam aus sollen das und sein ist es auch eine sache verkackt aber egal aber dann muss er die 500 wieder ausgehen als geht er wieder aus ja und kann er die stelle geben das können wir da stelle geben hat eine stunde geschmiert muss sagen hier ist ein spielplatz kindergarten platz wird das schwimmbad das weiß ich nicht ich komme mal kurz gucken ist das schwimmbad das würde ich mir interessiert ich bin interessiert mich taube ein ja ich finde ich komme mal was so weit was geil lässt jetzt einfach hoch gehen warte mal ich jetzt auch kann warten und jetzt moment jetzt aber auch mal drauf drücken so wir sind langsam gleich im wildau angekommen welcher reicht ich stelle meine anzeige auf 099 das ist natürlich als möglichkeit nicht einsteigen licht ist an der aber sieht man kaum was mein so mein lieben leute wir sind gleich in wildau angekommen oder endet auch gleich das video aber ich finde natürlich gutes verbände gewisse gebildet hier steht auch dieses band die video und damit verlinkt ich auch davon ist das so ist ganz easy war heute schön gewesen brücke gewesen und hier ist die endstation für mich dort komme ich will ich bin da hatte was du ganz schön aus die ausfahrt nur sagen wir sind schön aus die ausfahrt nur sagen so mein lieben leute ich kann auch gute fahrt gewesen ich würde sagen ja das ist ja so und worum sorgt hier aufmachen so das war es mit dieser fahrt ja das war es mit der fahrt und wiedersehen das beende ich hier